Und wieder einer aus der Typ Gai, ich sehe das auf den Atemwischer. Okay, machen wir das anders. Okay, gehen wir mal mit Schach. Gehen wir mal mit Schach. Okay, ich spüle das anders, aha. Angstgaffner, okay, dann machen wir mal gleich. Geht ja den Punkt, aha. Interessant, du bist... Also machen, dann habe ich die Daten. Ah, gib mal deinen Läufer. Ah, ich sehe das Läuferpaar, das ist schön. Echt? Check. Da musst du ja mit dem Schlag. Check. Da drüben wir mal hier eine Gabel. Interessant. Ah, komm, jetzt halt mal den Schlag. Hm, den? Okay. Hm. Hm, okay. Halt. Halt. Ja, der kann jetzt nicht weg. Das ist ein Problem. Ja gut, der könnte ich den auch noch. Ah, müssen wir den Turm da hinten. Ja. Sehr gut. Okay. Was haben wir denn noch? Ach komm, wir schlagen erst mal. Check. Check. Was haben wir denn noch mal Tempo verschaffen? Aha. Echt? Echt. Mal Tempo verschaffen. König kann nochmal ran. Okay. Okay, 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 okay. Ja, das war klar. Ich glaube, der König war auch nicht mehr weg. Ah, warte. Keiner. Keiner, keiner, keiner. Ah. Vielleicht zu gepresst. Da willst du hin. Okay. Okay. Geht immer noch nochmal. Bauer. Vielleicht hätte man das leichter gewinnen können. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Die ist ja schwer. Da willst du hin. Okay. Dann hast du da noch einen. Machen wir mal decken. Echt? Echt? Das ist ja leu. Echt? Ich muss den schlagen. Okay. 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 jetzt ist es zu spät jetzt hast du keine chance mehr jetzt ist es mit Schach dann fällt der Läufer jetzt macht es wieder Spaß jetzt hast du verloren ja guck ist das schon matt hat doch nichts mehr ja sperr dich doch mal selber ein 25.750 und ich habe